Hallo zu einem Let's Play von Don Redwars on Feed the Beast, Die Wolf 21.10 Zum Beispiel gibt's Quickfeed Level 10, dann kriegst du Bonus Speed 150% und 20 mehr Healths, dafür brauchst du aber 250 Upgrade Points. Und dann sollte uns das auffallen, wir haben nur 100. Und das ist das zweite Ritual, was wir noch machen werden, nämlich unsere Rüstung auf 300 Upgrade Points hochbringen, das ist das Maximum. Gibt's auch mehr als 300? Es gibt zwei Möglichkeiten, die zu erhöhen, die eine macht glaube ich 100 dazu, wie geht denn nochmal der Hauptritualstein, hast du nur einen Hauptritualstein? Ja, ja, hab ich. Gut, dann brauchen wir nur, den nehmen wir mit, den kannst du schon mal in die Mitte setzen von dem Raum hinten. Ähm, ich hab ja 64 neue gemacht, dann sollten wir genug haben. Und jetzt brauchen wir das Ritual of Living Evolution. Ich hoffe, das können wir machen. Und so, sind wir nämlich fertig für heute. So. Ritual of Living Evolution, direkt das nächste auf der Liste. Sind 12 Feuerruhnen, 24 Erdruhnen und 12 Morgendämmerungen, 48 insgesamt. Was hältst du davon, wenn du das machst? Dwarven Mite, hab ich jetzt bekommen. Hm? Das hatte ich vorher noch nicht. Dwarven Mite, nur weil ich den blöden Block wieder abgeerntet hab. Ja, genau. Was hältst du davon, wenn du das machst? Das Ritual of Living Evolution ist direkt das nächste. Und das ist anscheinend auch nicht so hoch, das ist breiter. Können wir einfach draufhauen. Na, und der baut die halt entsprechend auf. Wie gesagt, man kann die auch alle selbst setzen, die Ritualsteine. Da fehlt noch was, oder? Ja. Öl, ich hab Druck gehauen. Ja, da fehlt, aber da müssen wir nochmal. Ja, da fehlen habe ich, ja. Upgrade acquired, ich bin ein bisschen gespielt. So, ja, ich muss mal gucken, wo die sind, dann muss man die wieder setzen. Das ist in der, wie da oben im Mana, Lars. Ich hab 36 Ritualsteine, da hab ich jetzt, ne? 844. Ich glaub, die wären die bunt, ich hab dir ja nicht eingefärbt. Durch den Ritual of Living Evolution, da haben wir ja diese Gravohlwerkzeuge draufgepackt. Ah. So, hier vorne auf der Ecke, hier. Warum selbst jetzt die Grünen nicht, weil da kein Platz ist, oder was? Ja, mach jetzt mal. Ja, das war falsch. Ja. Oh Gott, bin ich. Ich bin so schlecht momentan. Du hast einen Mana-Block. Du hast einen Mana-Block. Ich bin immer genau... Das tun. Ich bin immer genau daneben. Manometer. Wenn ich da drauf gucke, werden die dir auch angezeigt? Nee, ich muss drauf gucken. Jetzt stehst du drin. Jetzt nicht mehr. Ja, das ist so. Ich gucke immer zu hoch in dem... Boah. Ich mach dir das erst mal weg, so. Hau mal drauf. Ist auch der Fall? Mach ich schon die ganze Zeit, aber da passiert nichts. Ist auch der Fall, ja. Ich glaube, man muss alle machen. Baut doch einfach alle wegkommen. Pflug den ganzen Raum und mach wieder dein komisches... Ähm... Nicht verdränge Wasser. Ähm... War ich spendet nicht verdränge Wasser. Ich hab's durchweggetan. Oh. Ja, sauf. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Eine... Eine Etage zu wenig. Das ist aber gar nicht so einfach, den ganzen Raum leer zu kriegen. Weil wenn du... Ähm... Das... Der Nachteil mit dem... Mit dem Ding da unten... Kannst du mal das Loch dazu machen? Das eine? Nein, das eine oder keine. Ja, welches? Ich seh's nicht. Ähm... Da, wo das Wasser rauskommt, das linke. Da, genau. Ähm... Der Problem mit der Unterdrückung ist... Der merkt sich, wo die Source-Blocke sind. Sodass dann... Wenn man das wieder ausmacht, die Source-Blocke wiederkommen. Also... Man muss dann schon irgendwie... So, ich hau die ganze Zeit... Es ist verkehrt. Es ist verkehrt. Wo stehen die Dinger dann? Wie kann er so schlecht sehen? Das ist ein Problem. Geh mal... Stell ich mal dahin. Hier steht einer, ja. Ich glaub, dass es hier ist. Ja, jetzt hast du dich genau dahingestellt, wo ich nicht... Wo ich nicht gucken konnte. Achte mal. Ich guck mal kurz. Ja, stell ich nochmal dahin. Oh, echt. Jetzt einfach da drauf. Dann musst du das jetzt wieder hinmachen können, oder? Dann muss da das Wasser weg sein dazu. Nee, eigentlich nicht. Wollen wir jetzt ja nicht die restlichen Lücke? Also ich hätte noch 44 Ritual Stones. Ja, das fehlen ja auch noch ein paar. Warte mal. So, kannst du mal... Mach nicht was. Hack den Raum weg. Geh mal... Geh mal raus. Geh mal nach hinten. Links. Nee, also von mir aus gesehen hinten links. Nach links. Nach links. So, stopp. Einen nach vorne, glaub ich. Und jetzt einen nach rechts. Da? Da müsstest du eigentlich stehen, ja. Auf der Höhe ist das, okay. Da, wo die Grünen entscheiden. Wo die Grünen sich berühren. Wenn sie sein. Guck, jetzt nochmal. Klar. Nö. Jetzt bin ich es leid. Ich hoffe, der braucht nicht... Ich hoffe, da, wo die rote Kante ist. Ja, da haben wir ja... Autsch. Da haben wir aber frei. Geil. Braucht der im Boden auch, ne? Ich muss mal kurz einen Guardian killen. Mach das. Mach nur Angst, dass du mich hier überflutest. Ach du Schande, ey. Das ist ja fast ein Wasserrede war, ne? Es sind hier vier Guardians. Da waren vorhin viel mehr. Ich hab die Flucht ergreifen müssen. So. Du kannst ja so viel hauen, wie du willst, aber... Ah, ich hab's eingefroren. Ey, wo sind die denn? Jetzt hab ich was bauen können. Keine Ahnung. Das hat nur einmal ganz kurz gepunkt. Kannst du das Ding muss man anziehen mit dem, äh, mit dem, äh, ich verträge Wasser? Das weiß ich doch gar nicht. Dann komm mal zu mir. Ja. Weil ich hab das Gefühl durch das Wasser, ähm, kann ich das nicht setzen. Ich bin ja gerade am gucken, wo, wo es wohl sein könnte. Wo soll das sein? Muss der im Boden auch noch sitzen? Ach so, kann es sein, dass das nicht funktioniert, weil unter dem Mana-Block, äh, unter dem Ritual-Block, äh... Nee, keine Ahnung. Nee, keine Ahnung. Nee, fertig ist es nicht, dass die Außen-Säule noch... Man hat überlegen, ob der noch auch neben-Säule fällt. Mach mal mit dem Boden bitte, bitte. Äh... Ja? Nee, ich würd' jetzt nicht sagen, dass das so mit dem... Hast du jetzt gerade unter dem Block weggehackt? Nee, das ist schon länger weg. Du warst also ein bisschen eingefohren. Nee, eigentlich, ja. Ach so, ich ersaufe hier übrigens gerade. Autsch, die dummen Guardians. Komm, ich helfe dir da mal. Ja, so. Also hier unten drunter ist keiner. Und der ist auf der Ecke, müsste von den Roten sein, meiner Meinung nach. Das ist ja jetzt eine Folge wieder, die ist ja wieder voll. Auf der Ecke von den Roten. Auf der Spitze sind die. Auf der Ecke von den Roten. Und über uns auch noch. Und über den... Über den Blauen auch noch. Und da ist dann... Deswegen, falls es dich interessiert, das gleiche Ritual wie hier drüben. Wir haben es nicht gewechselt. Das ist immer noch Sound of Cleaning Soul. Äh... Wollten wir es nicht wechseln? Wollten wir nicht ein anderes machen? Ja, doch. Wie heißt es? Shift-Rechte-Maus-Taste auf dem Ritualstein. Äh... Alter, ich will fliegen. Shift-Rechte-Maus-Taste. Also, Shift-Rechte-Maus-Taste mit dem Ritual of Viner. Ja, dann müsste das heißen Ritual of Living Evolution. Ja, da war es gerade. So, warte. Ritual of Living Evolution. Da. So. Kreuzfeuer, ja. Das ist echt, äh... Und jetzt bist du fertig, ne? Ja, jetzt spült es mich auch gerade weg. Aua. Aber theoretisch bist du fertig. Äh, ja, ich habe jetzt drauf gehauen und es, äh... Hat nichts mehr gemacht. Okay. Äh, du hast Mana-Glas. Ja, ein Haufen. Wo bist du? Über dir. Rauchschmeißen wird schwer. Ja, da kommen wir hier hinten hin. Warte. Ich muss auch sehen was... Ich muss... Lass es mal zum Altar gehen, weil ich brauche... Ich brauche Hilfe und was zu essen. Die ganzen Guardians haben mich... Warte kurz, ich schmeiße dir jetzt noch erstmal das Mana-Glas hin. Zack. Zack. Upgrade-Acquired. Basalt habe ich jetzt auch eingesammelt. Ja. So. Ich habe bisher Basalt ohne Ende. Das gebe ich dir. Mana-Glas brauche ich. Hat ich dir eigentlich gegeben, aber du bist der Wecke-Dacke. So, ich mache den Deckel, du machst den Boden. Am einfachsten wäre es natürlich mit dem Building-Bund. Wollen wir doch. Mache ich ja gerade. Wirst du, wirst du, wo es Mana-Glas ist? Das ist so cool. So viel Basalt hatte ich jetzt übrigens gar nicht, oder? Doch, da. So, dann haue ich mir den jetzt auch. Die Building-One. Ich haut ab, ihr blöden Guardians. Nein! Das Wasser hat es gerade auf die Nerven. Das ist ja gleich weg. Das müsste eigentlich nur noch eins über sein. Guck mal, wie ich jetzt das Ding ausmache. So, kommt noch Wasser bei dir rein, irgendwo? Nee, ne? Nee, es wird Cut. Okay. Macht es auch leichter zu bauen. Also, keine Ahnung, ob ich alles getroffen habe, aber ich sehe nirgends von meiner offene Stelle. Aber ich habe jetzt mehr Basalt als du eigentlich hattest, oder? Nee, es ist weg. Dann ist die Echnung aufgegangen. Da kannst du dir vorstellen, wie das war, wie ich das hier gebaut habe. So, ähm. Okay. Sieht auch anders aus dann jetzt. Auch wieder hier hinstellen. Übrigens, wie gesagt, es braucht immer LP, ne? Also, hallo. Lass mich mal gucken, wie viel ich überhaupt noch habe. Ich habe eine Million genug. Angeber. So, und jetzt habe ich immer noch 99. Und wenn ich sie rausnehme, habe ich 300. Also, das ist immer noch ein Bugger, aber. So. Kannst du das Ritual immer nur einmal machen, ne? Ja, kann man nur einmal machen. Im Endeffekt könnte man es jetzt wieder abbauen, aber lass es da verstärken. Aber das da drüben nicht, ne? Äh, das kannst du so oft machen, wie du willst. Du brauchst halt immer wieder LP und kriegst immer wieder deine Dings zurück. Deine, äh, Thesen. Und, äh, ja. Gut. Eine etwas längere Folge. Dank. Nein. Dank. Unter Wasser arbeiten. Ähm, ja. Die nächste Folge sollte ohne Wasser auskommen. Äh, hier hinten wird auch nochmal was gebaut werden, aber ich weiß noch nicht was. Deswegen ist da nur die Sandwand. Hinter der Sandwand ist übrigens Wasser. Nur so zu irgendwo. Ja, ich packe dann mal meinen Op in den Altar, weil ich brauch ein bisschen Blut für nachher noch, weil unten, das nächste Ritual wird über meinen, über meinen Dings laufen. Ähm, den müssen wir andersrum schalten, der muss so rumstehen, sonst flackert der die ganze Zeit. Ist das jetzt meiner oder deiner? Meiner. Ich hab meinen nicht gesetzt. Na, der muss nach da stehen, sonst flackert der aktuell. Ich bin noch nicht fertig mit dem, mit dem anderen Projekt. Weiß ich noch. Wollen wir kommen. Okay. Gut. Das soll's gewesen sein. Äh, nicht so wie ich gedacht habe. Ein bisschen zu viel Wasser dabei, aber okay. Äh, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, hoffe ich. Bis dann. Ciao. Ciao. Oh Mann, nee. Das waren ja Wassereinbrüche. Oh Gott, das geht in der. Oh Mann, nome Antrag 5-1-3-4-4-4-5-7. Und dann bin ich dafür.